Ich weiß gar nicht, weil ich den letzten richtigen Film mal gesehen habe. Zur Zeit bin ich eher so auf Serien. Ja, eher so auf Serien. Warte mal. Habe ich eigentlich? Habe ich nicht, okay. Habe ich nicht, okay. Sagst du was nicht zu früh? Hi Fino, soeben ist ein Bote eingetroffen. Er hatte einen Brief von den Befehlshabern der Eosierischen Allianz dabei. Das wurde auch Zeit. Chataru, bitte ruf die anderen Mitglieder des Bundes zusammen. Es gibt wichtige Entscheidungen zu treffen. Ja, pass auf, dass du auch schon Schleim nicht ausrutschst. Eigentlich dient ich eher so als Vorlage für Gruselfilme. Und besser die Horrorstimme aus dem Keller. Es gibt gute Nachrichten. Die Truppen unter der Führung von Phönix-General Rauban haben den Belsawal gesichert. Endlich ist das Glück mal auf unserer Seite. Gibt es auch etwas Neues über den Verbleib von Shinryu und Omega? Nein, von beiden keine Spur. Aber Rauban schreibt, dass er eine umfassende Suche einleitet. Und er schreibt noch etwas, dass er uns um unsere Hilfe bittet. Unsere Hilfe? Wobei denn? Daran muss ich mich gewöhnen. Hätte ich mir das doch bloß nicht gewünscht, sie mal ganz zu sehen. Die Witchcon ist, glaube ich, am 9. und am 10. Wenn das ein Cosplay-Event. Ne, das Cosplay-Event gibt es nicht, weil die Punkte ja nicht erreicht wurden. Ihr maximale Punkte wurden ja nicht erreicht, wenn er vor der Runde. Da haben alle ihre Punkte wieder zurückbekommen. Aber dazu ist auch die Unterstützung der migischen Bevölkerung nötig. Die Bewohner von Gür-Arbania müssen den Vorstoß unserer Truppen billigen. Die Allianz will befreien, nicht besetzen. Das ist also, worum Rauban uns bitten will. Wir sollen als Vermittler zwischen Gür-Arbania und der Allianz auftreten. Richtig. Der Bund, oder besser gesagt, Lissett, hat schließlich gute persönliche Kontakte zur Rückweihungsangehörung. Wie gesagt, die Community-Herausforderung wurde ja in der Woche nicht erfüllt. Deswegen haben alle, die die Punkte ausgegeben haben, sie auch wiederbekommen. Also ein Cosplay-Stream wollte nicht so viele schreiben. Oder es hatten halt nicht genug Leute Punkte. Das kann natürlich auch sein. Weil wie gesagt, ich halte es auch noch eine Woche laufen. Ich werde Lise nach Gür-Arbania begleiten. Aber wer ist noch mit von der Partie? Jo. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Mir wäre wohler, wenn du auch dabei wärst. Ich bin sowieso dabei. Wir sind immer dabei. Ich muss doch die Dailies machen. Ich will nicht. Wenn du dabei bist, kann ja nichts schief gehen. Gute Ahnung. Ich werde euch begleiten. Wenn es hart auf hart kommt, werdet ihr jede heilende Hand gebrauchen können. Dann gehe ich auch mit. Und wer bleibt hier? Ich bin natürlich auch dabei. Aber irgendjemand sollte hierbleiben, falls sich die Aschi ans regen. Oder es wieder Ärger mit einem Prima hier gibt. Kannst du hier die Stellung halten, Uriongé? Das macht das doch eh immer. Selbstverständlich. Ich werde im Sonnenwind verbleiben. Die Aschiens und die Prima E sehe ich ohnehin als meine vornehmlichste Aufgabe an. Mit einem allein ist der Sonnenwind vielleicht etwas dünn besetzt. Ich bleibe auch hier. Schließlich muss euch einer den Rücken frei halten. Ja, du kriegst halt besondere Vergütung von manchen Klassen. Sobald alle bereit sind, brechen wir auf. Nach Gür Arbania. Gera und Halbdurch können das besser erklären. Bezüglich der Dailies. Wenn die Fernseher noch da sind. Wieso ist der Regist? Äh, ohne 4-FG. Äh. Jein. Jein. Also ich spiele halt auch mal Jump'n'Runs. Ich bin da nicht besonders drin. Äh, also die große Zeit spiele ich viel Storygames, ja. Aber das meiste davon sind halt wirklich RPGs. Oder Play-RPGs. Oder Open-Worlds. Was auch immer. Ähm. Es sind dann aber halt auch mal sowas. Mir fallen gerade kein Beispiel ein. Das ist so schrecklich. Ich habe so hunderte von Spielen und mir fallen gerade keine Beispiele ein. Äh. Sowas wie Darksiders zum Beispiel. Spiellich. Also nicht Dark Souls, sondern Darksiders. Das habe ich auch schon mal gespielt. Ähm. Von Oda Star Wars. Von Oda hab ich sogar. Meine ich. Von Oda hab ich. Ähm. Ja gut. Was ich mal gespielt hatte, war für Spendikud. Das bin ich aber kein Freund für ihn gewesen. Ähm. Ja. Dann halt so Sachen wie Spyro. Jack and Dexter. Ist ja auch kein RPG. Ja. Auch Airsoft Run. Mit kleinen GDA-Passagen. Äh. Ich habe so vier, ne? So vier und ich sehe nichts davon. Metroid Prime? Na gut. Ich weiß nicht. Nee. RPG ist es nicht. Na doch. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall zu viel und ja. Bei den 100 Spielen sind auch Sachen dabei, die glaube ich kein, kein RPG sind. Irgendwas. Irgendwas wird da bestimmt bald sein. Also eigentlich spiele ich alles. Ich spiele sogar ganz, ganz selten zwar. Aber sowas wie Call of Duty spiele ich zum Beispiel auch. Ich bin nicht gut spielen. Ich spiele es nicht oft. Aber ich besitze es. Oder Street Fighter besitze ich auch. Zwar die neueren Spiele, aber... Aber sind alles so Spiele, die ich eher so... Entweder Geschenke gekriegt habe oder irgendwann mal... Mir für günstig Geld geholt habe. Weil man dachte, man könnte es ja vielleicht mal spielen. Äh. Es ist so gut wie Witcher, kannst du mal was empfehlen. Oh Gott. Ich würde mir erstmal so von meiner jetzigen Sicht aus sagen, es ist nichts besser als Witcher. Es kommt halt... Ja, drauf an, ne? Ich weiß ja nicht, was du an sich so gerne spielst. An... Open Worlds. Also für mich ist Witcher schon ein wirklich sehr, 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 sehr gutes Spiel. Ich bin da so in die Materie dann auch, weil ich 1 und 2 gespielt habe vorher noch, so in die Materie eingesunken. Also das ist schon... Ähm... Horizon Zero Dawn ist noch gut. Ich habe es zwar nicht lange gespielt, aber ich habe es gespielt und ich fand es gar nicht so schlecht. Genauso wie... War das? Doch, Dragon Age 3, glaube ich, war es? Doch, ich glaube, es ist Dragon Age 3. Das fand ich auch ganz gut. Äh... Moment. Overwatch 2 war rein PvP. Ja, ich glaube. Aber Overwatch habe ich auch nie gespielt. Ist auch nicht so meins. Das ist so eins. Genau so wie Fortnite. Das sind so zwei Spiele, die würde ich selber... Oder Apex. Sonst spiele die, die rühre ich nicht an. Das ist so... Wenn andere Freude daran haben, okay, ich selber muss es nicht spielen. Ich selber bin dann eher so... Ja. Bin da raus. Ähm... Ist das ein Squid Valhalla? Ist noch gut. Das suchte ich zum Beispiel. Beziehungsweise spiele ich gerade Valhalla und Origins. Bei das gleichzeitig. Und nebenher mal wieder, weil ich mich nicht erscheinen konnte. Oh, ich cosplay mit dir währenddessen. Äh, ich glaube, das ist etwas, was es nicht geben wird. Was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Final Fantasy Cosplay. Oder Witcher Cosplay. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber Cosplay geht echt mega ins Geld. Also das wäre etwas, was ich mir nach und nach zusammensparen müsste, weil basteln kann ich nichts. Und ich kann nicht nähen, ich kann nicht, äh, kleben, ich kann, ich kann doch nicht mehr gerade ausschneiden. Selbst da fehlt mir die motorische Fähigkeit dafür. Also früher hier in der Schule, ne, versucht so gerade wie möglich. Weil mir waren immer Linien, immer Kanten drin. Oder male nicht über den Rand. Über den Rand gemalt. Also, ist, ist, ne. Wir sehen, wir sehen, wir sehen, da kann ich mir, ja. Na gut, aber wenn ich irgendwann mal aufstehe, ne, dann wäre ja scheiße, wenn das hier Cosplay wäre, so bis hierhin. Und der Rest halt nicht, ne. Dann könnte ich mir auch eine Maske aufsetzen. Aber ich glaube, das darf man nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich... Ne, wenn, dann würde ich halt schon ein komplettes Cosplay machen. Halt auch, falls ich irgendwann mal in meinem Leben auf die Gamescom komme. Oh, wann mal. Aber ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, Gamescom ist etwas, das... Das würde ein Traum bleiben. Will ich seit 10 Jahren hin und das kann nicht. Auf Wiedersehen, Tartaru. Pass mir gut auf den Sonnenstein auf. Aber sicher doch. Kommt ihr mir nur schnell wieder nach Hause. Ich war noch nicht mal auf der Leipziger Buchmesse. Ich war... Ich bin nur auf diesen ganzen langweiligen Messen von der Schule aus früher gewesen. Weißt du, ich bin immer auf irgendwelchen Messen gewesen, wo es echt gähnend langweilig waren. Oder wo es dann halt diese ganzen Jobmessen. Die sind gut. Aber es war nie das für mich dabei. Jetzt wird das besser gelehnt. Geht er vor die Painting bei Cosplay? Will ich, will ich ja noch fahren. Er würde ich aber, glaube ich, nicht machen. Also wenn es... ...kunst es jetzt ja... Dann könnt ihr mich wegen Augenkrebs verklagen. Also wegen dem Malten, ne? Ich hätte auch keine Leute, die sowas könnten. Gäbe es uns heute vielleicht gar nicht mehr... Okay, für private Zwecke. Wir werden euch eure Großzügigkeit nie vergessen. Ich wähl's mich in einem Farbtopf. Dann geh ich als Farbklecks. Du hast in deiner Heimat viel durchmachen müssen. Bist du wirklich bereit, zurückzukehren? Wir sind froh und dankbar, im Erseer einen sicheren Hafen gefunden zu haben. Aber für Gosetsu und mich ist es nun an der Zeit, zu unserem Herrn zurückzukehren. Genau. Und Doma zu befreien. Das hätte ich schon längst machen sollen. Wir mögen für verschiedene Länder kämpfen. Doch der Feind ist der gleiche. Auf beiden Seiten des Meeres stehen die Zeichen nun auf Sturm. Ein Sturm des Krieges, der die galleischen Runde zurück in ihre Ecke treiben wird. Yugiri, Gosetsu, bitte passt auf euch auf. Wir werden uns wiedersehen. Sobald Frieden in Alamigo und Doma eingekehrt ist. Ganz bestimmt. Also dann, lebt wohl. Also dann, lebt wohl. Darf ich auch mit? Es zuckt übrigens schon wieder in den Fingern, eine neue Frisur zu machen, ne? Ich habe sie gestern erst geändert. Es juckt echt in den Fingern. Zumindest die Farbe. Ich bin so kurz davor. Ach, wird sie jetzt auch nochmal neu eingekleidet. Ich mische es aus. Das kenne ich. Das habe ich. Ich bin so kurz. Ah! Das ist eine Art Uli-Radio in der Arbeit. Da kam der Song No Cry, musste viel grinsen. Ja, das glaub ich. So. Ja, ich weiß, ihr schüttet alle den Kopf. Lasst mich. Ich will nur eine kleine Änderung vornehmen. Eine kleine. Ganz kleine. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt schnell zumindest eine Indie mache. Falsche Richtung. Ob ich schnell eine Indie mache. Und danach Hauptstory weiter. Ich glaub, das mach ich. Das ist jetzt eine Indie. Die Frage ist halt... Huch. Da muss ich hin. Mit was geh ich in die Indie? Da, da, da. Da, da, da. Hallöchen, ja. Ich weiß es. Du brauchst es mir nicht immer wieder erklären. Guck. Ich will nur einmal die Farbe ändern. Huch. Einmal kurz. Ich weiß. Jetzt füllt er schon wieder den Kopf. Ich sehe es. Wie nagelig dazu ist, wenn ich die Farbe davon abfinde. Musik Ich mach mal kurz die Strähnen weg Nur neue Farbe Keine neue Frisur Nur neue Farbe Nur neue Farbe Geht doch was Ich glaub nicht bei einer Frau Lass mich Was ist denn bei euch? Mach das Vielen, vielen Dank, dass du noch reingeschaut hast Und eine Wundervollung Gute Nacht Ja, hol dich gut So eine ähnliche Frisur hatte ich schon mal So Dann würde ich einmal ganz kurz aufs Klo gehen Ja, ich hab mich immer noch nicht entschieden, was ich mache Ja, was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Einmal Okay, mit der Weißt du, Magierin hab ich Die Spukensteigerung Das ist Das, ja, ne? Das und so Okay, warte mal Ah, dann mach ich einmal Ne, ne, ne Ne Heilerunde Seht, ob ich mich wieder einfügen kann Mir fällt auch, ich hab lange Ferneheiler mehr gemacht Oh, bitte lass das was gewesen sein Was ich schon mal gemacht habe Oh, erzähl, was ich schon mal gemacht habe Bitte, 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 bitte Oh Oh, alles aber nicht das Wirklich Von allen Sachen, die man mir hätte geben können Von allen Sachen Krieg ich die Scheiße? Ach, bitte Warum werde ich so bestraft? Okay, das ist das Mist, ja Ach, leck mich doch Leck mich doch Oh, na gut Das ist das Wesen Keine Herausforderung Ähm Ja Ne Gehste mal Also Ich habe irgendwie das Ganz ungute Gefühl Dass das Ganze hier nach hinten losgeht Ich darf mich nicht aufregen Ich darf mich nicht aufregen Ich hasse diese Idee Ich hasse sie einfach Abbrot tief Das ist purer Hatz Den ich verspüre Hätte ich mal doch lieber Story weiter gemacht Na gut, wir machen ja dann nach Story weiter Aber Ach, Gott Ich darf mich ja genau läuft einfach weiter ich habe so das gefühl mit entfängern unterwegs jetzt habe ich mir glaube ich die scheiße gerade selber nicht gemerkt ich glaube rot war es das schlimmste ist, was ich halt auch kein englisch kann, ne? das heißt, ich bin nicht alleine unterwegs, dann kann ich mir das jetzt vorher doch schon übersetzen da habe ich dir völlig dran gedacht egal, wo ist so schief hier fühlt man die Panik in meinen Augen? put phảifluch Was ist das? Ich überlege die ganze Zeit nur mal, welche Farben es war. Genau deswegen hasse ich mir das Kill bei Zwerg. Weil wahrscheinlich verpanse ich es gleich eh wieder. Ich weiß nicht wirklich was eines Kills, ja. Ja. Wie gesagt, deswegen ist das für mich jetzt relativ langweilig. Ich weiß nicht, ich wollte zwar auch noch keine Indie haben, in der ich alleine nicht schon mal drin gewesen bin. Weil ich gehe meistens immer erst, bevor ich halt zum Beispiel Stufenaufstieg mache, gehe dann immer halt so langsam erstmal die Indie-Selt für mich alleine durch, um sie als Heiler einmal gespielt zu haben, bevor ich dann halt die Stufensteigerung oder sowas mache. Ich mag eine blöde Denkweise sein, aber irgendwie fühle ich mich da halt sicher. Obwohl es genau das ist. Okay. Gibt es mir ein besseres Gefühl. Aber ich finde mich hier so langweilig. Wobei als Heiler ist es ja noch okay, wenn ich jetzt selber kämpfen müsste, hätte ich schon wieder keinen Bock drauf. Weil mir diese kleinen Kügelchen sowas von ob Keks gehen. Für mich heißt es einfach nur immer die Eins drücken. Bist du eigentlich greifst du meinen Kopf ein? Das war ja was. Und wir warten. Da hinten habe ich... Da hinten habe ich aber ganz weit hin hingepackt. Noch muss ich nicht mehr. Das ist natürlich auch nicht mehr. Ja, alles wartet. Lauft, meine Kleine, läuft. Meine Kleinen Lemminge. Ja, es war irgendwas im Energy drin. Wobei, bei, ich weiß gar nicht, ich glaube das zweite oder dritte Mal, wo ich hier das Tasche drin war, da hatte ich tatsächlich mal in einfach oder beziehungsweise normal wirklich viel zu tun. Ich weiß nicht, was die Leute da gemacht hatten, aber es war nicht gut. Es war echt nicht gut. Da hatte ich kurzzeitig echt Angst um mein eigenes Leben. Ich weiß nicht, was die Leute da gemacht haben und bis zum 5ine skinlesspitzen. Das war die Leute, ich weiß nicht, aber es war nicht. Ach Gott, wie näher hier sind wir. Hier bin ich das allererste Mal als Heilerin gestorben damals. Da vorne lag ich. Da war ich aber auch sehr pannend. Ich muss nicht zugeben. Der erste in ihr als Heiler. Oh! Oh! Ja. Die Heile hier. Überstattet mir zu kämpfen. Lauft weiter. Lauft weiter, meine kleine Lemminge. Weiter. Die beißen nicht. Nee. Bitte gehen Sie rechts. Nehmen Sie bitte den rechten Weg, ja? Danke. Ja. 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 bitte ich kann leider kein Englisch ich bin so ein bisschen ja blöd was Englisch angeht ich kann es nur mit Hüpfen signalisieren ich komme mir immer so bescheuert vor hey komm es ist aber immer lustig bitte gehen sie hinein hey so verfehlen aber die witzigsten Sachen aber bitte lasst du dich gleich umsingen ja ja Mensch haben wir doch ganz gut was ist hier ganz wie ist es halt das ist Spooky bei dem Ende hätte es nicht die danach sein können ich weiß gar nicht ja öffne das Tor bitte geh vor ach ja ist das da wo war ich da wo war ich Das macht mich ein bisschen nervös mit dir, wir haben ja nur sehr gekannt. Okay, das läuft nicht vor mir hoch. Wie lief ich aber... Ach so. Ähm... 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 Bist du lebensmüde? Bist du lebensmüde? Bist du lebensmüde? Also... Bist du lebensmüde? Ist natürlich eine kleine Frage. Ganz nebenbei, ganz beiläufig. Warum ist die... Da reingerannt? Wieso ist die da re... Mann... Ich stell mir die Frage an. Wie wird's das irgendwann merken? Wir haben's Gott sei Dank ja gleich hinter uns. Ja, gut, dann werden wir mal. Nein. Danke. Wir gehen. Wenn du jetzt vorrenzt. Das hat sich nämlich tatsächlich mal, dass der Trink dann vorgerannt ist. Wenn der nur gar nicht so weit war. Oh Gott. Ich bin der Trink. Okay. Du bist kein Tank! Oh Leute, ihr macht halt das Ganze, das ist so schwieriger, ne? Da ist der! Ich hab gerade den Boss versucht. Ja, nett. Ja, ich hab was, was das denn? Oh, Gott sei Dank. Wie fast hat dein Ende? So, schau Leute. Also, arrivederci, war nett mit euch. Danke, Albert. Oh. Bye. 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 So, mach ich schnell noch vor der Hauptstory den normalen Raid? Oder mach ich das später? Ich hab mir gescheit. Na gut, es hängt von ab, wie lange es dauert noch. Später. Okay. Gut. Ist ja gleich nochmal, mir vorbeigeht so. Habe ich das Verlust gesagt? Huch. Nein. 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 Ja. Fliegt, mein Torus, fliegt. Fliegt. Hallo, Alfino. Bin ich so weit, bin ich so weit, bin ich so weit, will ich das? Ich weiß jetzt nicht. Ich grimme deine Fingerspitzen. Ja. Habe ich gleich erschreckt. Das war ein weiter Weg. So kam es, dass der Auftrag der Allianz mich wieder ins Grenzland von Gür-Abania führte. Mit meinen Freunden vom Bund der Morgenröte und an der Seite der Kriegerin des Lichts. Noch waren wir unter Freunden, doch nicht weit entfernt von dem gewaltigen Belsa-Wall, der die Grenze zu dem friedliebenden Eosea bildete, lagen die Gebiete des buchlosen gallischen Kaiserreichs. Jenseits seiner schwarzen Mauern wartete ein neues Kapitel der Geschichte, aus dem uns schon bald die blutroten Flammen des Krieges entgegenschlagen würden. So, defense ist ein neues Kapitel. Wenn Cuz sieят musten, dann geht es um die Länge ab. So darf ich mal sagen. So darf ich nicht auf den Weg geben? Ja, wir schreiben. So haben sie auch ges斷 ratado. So darf ich nicht auf den Weg geben? Untertitelung des ZDF, 2020